damit herzlich willkommen zurück bei vulkanoids wir sind letztes mal stehen geblieben und hatten die module besucht und captain ivan ruft schon wieder an wir haben jetzt gerade das erste update wieder abgeschlossen und sie werden jetzt zu sehen dass wir weitermachen wo wir letztes mal auch wir machen auftragsverstöcke sammeln okay genau wir waren voll vom inventar wir machen uns und das alles anärzten jetzt mal da rein wie sieht es eigentlich mit reparatur aus wir wurden ja ein paar mal angegriffen aber ich würde die bollspitze haben wir uns angegriffen die lübel so tun ist er hat ein bisschen schaden bekommen zack repariert perfekt so dann was haben wir denn jetzt so moment ich muss mal eben bisschen sortieren wie gibt es zum erz bekommen produktions module und das ist die zweite aufgabe müssen das schiff angreifen die das heißt wir machen unseren inventar erstmal wieder leer funktionen lassen war nehmen auf jeden fall mit kann man nie genug von haben wenn wir die eigentlich stecken so richtig perfekt und stecken erst mal aufräumen das was das spiel alleine nicht macht ist schade eigentlich dann haben wir das noch dann haben wir das heilung kann man noch drei die barren nehmen mit barren kommen da nicht rein das wäre verkehrt packen wir am besten noch im schrank ich habe das erstmal rein und schild das brauchen wir jetzt noch nicht haben wir hier genau über heilung haben wir einen schrank oder können wir den schrank bauen was bräuchten wir denn für den schrank komponenten verbrauchsmaterial werkzeug module geräte da ein schrank wir können schrank bauen perfekt ja morgen dann machen wir das doch wir haben einen schrank gebaut und setzen uns eben mal hierhin weil die anzeige brauchen wir jetzt nicht unbedingt und da packen uns erstmal den schrott rein und den robotern packen wir auch da rein brauchen wir jetzt alles nicht haben wir noch einmal schwarzkohle können wir noch einmal schwarzkohle herstellen dann sind die patronen hülsen auch weg und wir haben noch nicht so einmal ganz vorderlich geht nicht okay dann einmal auch mal schwarzkohle erstellen der club wird denn da an meiner tür wie egal egal gibt es nicht auch in den kampf doch nicht ab ein headshot und er ist aufgeschaltet ich habe gerade hier noch das gesehen kohle 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 nein ich schweife ab das geht so schnell bei mir das okay ich hätte noch erschlagen können und sparen habe ich jetzt nicht getan ok da haben wir noch die module die sammeln wir ein die brauchen wir auch das brauchen wir so dass das heißt da gehen wir nicht hin wir haben sechs minuten 20 ob wir das noch schaffen mit dem drillschiff ich weiß es nicht ich glaube wir müssen hier die die ressourcen im kopf abgehauen na fall um so so wieder hier und vertauschen ganz schnell kommen dann mal kupfer noch mit oder so cool ich weiß nicht da kommen die jungs vier stück Oh, jetzt wieder da, wenn ich mit dem Zielen, waaaaaah! Aber jetzt machen wir das Aiming mal ganz mit dem Popo. So, alle schnell mitnehmen. Haben wir hier noch einen vergessen? Ich glaube oben lag noch einer, ne? Vier Minuten. Oha, oha. Nur sind wir aber alle, die werden neu gemacht, also die werden produzieren, die neu. Deswegen müssen wir mal einen Fix hier. Und Zugang verschaffen. Unser Schiff wird angegriffen. Alles klar. Na komm, jetzt geh doch kaputt. Ich hab doch nicht so viel Zeit. Schau mal, dann sitzt du dahinter und ich glaube, er sieht dagegen an, oder? Aua! Boah! So ist immer ein Teil. Boah! So ein Dicken. Here FC, woher ist alles? Oh ja, das ist alles passieren, hier müssen wir dann auch es ihnen passen, was machen wir das Arbeiten in dem Moment. Einmal machen wir dich die Leuten gut. Okay, dann kommt das ab. Dann Collation, aber das macht es gut auch hier. weil wer ja auch total meistens über zwei genau wenn ihr auf einmal da sind und die bildung geschützt ich bin nur drin das wäre auch doof das heißt damit dass wir mit kohle sauber drinnen das heißt den 8 um werden wir auch noch machen wir alles kaputt wenn man nur schnell genug hier rauskommt wenn das schiff so weit beschädigt ist dann hier alles in die luft noch und kann nicht aktiv Das heilt. Das müssen wir noch. Wo machen wir denn noch eins? Ah. Oh, jetzt wird es aber Zeit. Boah, geht doch. Na komm, komm schon. Oh, da schüpfel ich jetzt in Luft. Da sieht das. Boom. So, wir müssen jetzt aber Gas geben. Wir müssen Gas geben. Wir müssen zum Schiff. 55 Sekunden. Oh mein Gott. 300 Meter. Oh, das wird zu knapp, Leute. Das wird zu knapp. Ich glaube, wir werden das erste Mal sterben. Na los, let's go, low, low, go, 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 go. Boah, das wird zu knapp, das wird zu knapp. Das wird zu knapp, das wird zu knapp. Boah, komm, 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 komm. Keine Ausdauer mehr, keine Ausdauer mehr. Los, 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 los. Komm, lass mal eine Spur. Boah. 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 Boah, jetzt aber Gas geben. Der Ausbruch war da. Dauchen. Los. Boah, das wird zu knapp, Leute. Das wird zu knapp. Komm, fahr, 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 fahr. Boah. Wir haben es geschafft. Oh nein. Nein, wir haben es nicht geschafft. Nein, das Schiff, das Schiff. Nein. 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 Ach, Leute. Oh nein. Oh nein. Okay, wir müssen nicht so gierig sein. Oh shit. Das heißt, wir haben jetzt auch kein Schiff grad, ne? Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Aber, da sieht man mal wieder, wer zu gierig ist, ja, wird bestraft. Ja, schade. Es war doch so schön. Ich frage mich, ob man hier auch im Keller reinrennen kann. Was denn? Dankstreckenfunkgerät haben wir wieder gefunden. Okay. Produktionsdaten haben wir jetzt nicht. Okay. Äh. Ja. Wo kriegen wir jetzt ein Schiff? Ja. Vor allem, ich komme auch wahrscheinlich gar nicht mehr an meinem Hucksack dran. Normalerweise kommt man ja an seinen Hucksack wieder dran. Aber ich glaube, in diesem Fall gehe ich davon aus, dass wir da nicht mehr dran kommen. Hm. Okay, mit dem nächsten Schiff passen wir ein bisschen besser auf, was wir damit anstellen. So. Okay. Wo füllen wir jetzt ein Schiff? Oh, der Ascheregen könnte ja mal aufhören. Aufhören, wir haben keine Waffe. Nichts. Tschööööööööööhöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö dann übernehmen wir jetzt ein feindliches Schiff, WUHUHU LEUTE, dann übernehmen wir jetzt dieses Schiff, wenn es geht Nein, bleibt mal direkt da drin. Keine Heilung, nichts. Komponenten? Oh cool, wir können die Munition herstellen. Moment, wir müssen eine Waffe herstellen. Geräte, Strukturen, Waffe, da. Kupparrohr. Kupparrohr, jawohl, Werkzeug. Eine Waffe herstellen. Munition, Schwarzwulver. Aua. Wow, warum so viele? Oh, ich bin mir tot. Ist noch nicht. Okay, so wird das nix. So wird das hier einfach nix. Das heißt, wir müssen wieder... Produktionsmodul herstellen. Gehen wir jetzt vielleicht hier in der Nähe ein Schiffchen? Na super, so habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Wie gesagt, meine Habgier wurde mir zu Verhängnis. Wenn das Abtauchen geklappt hätte, das wäre super gewesen. Ah, guck mal, da ist unser Schiff. Oder? Doch, das muss unser Schiff sein. Aber ne, unser Schiff war blau, ne? Aber gut, das ist ausgebrannt. Gucken, was wir noch retten können. Vielleicht haben wir ja Glück, dass unser Rucksack da noch liegt. Mit dem Schiff an die Oberfläche gespült. Ja! 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 Rucksack! Jaaaa! Okay, nehmen wir jetzt den Rucksack mit. Zack, war alles raus, jawoll. Haha, unser Schiff. Unser Schöne Schiff. Wird ausgebrannt. Können wir den Kern noch bergen? Die Module konnten wir auf jeden Fall bergen. Das ist schon mal schön. Ah, so unsere Kette. Ja, ja, du mich auch. Oh, weg mit dir. So, jetzt brauchen wir ein neues Schiff. Oh, nachladen. Wer lehrt schnell nach? Ah, er auch. Brauchen wir jetzt auch einen Kern wieder? Müssen wir einen Kern bauen? Kern haben wir nicht, ne? Aber Produktion. Die haben wir. Da ist ein Keller. Die Keller nehmen wir noch mit. Oh, guck mal, wir haben Granaten gefunden. Wär schön. Zack, rein in die gute Stube. Alles mitgenommen. Und Kernproduktionsdaten. Können wir hier nicht nacken. Wir brauchen so eine Forschungsstation dabei. Okay. Das machen wir jetzt am besten. Spont nur mal mit. Was ist das? Das ist irgendwie, ne? Okay, ne, da gehen wir jetzt nicht rein, weil die ist groß. Wir brauchen ein Schiff. Und da alles für Gebäude noch. Oder ist da eventuell? Ja, ich glaube nicht, dass so Produktionsgebäude drin sind. Probier ich jetzt auch nicht aus. Wir sind 16 Minuten haben wir. Um ein Schiff zu übernehmen. Ich weiß, ob jeder einsatz appears. Das fearscheiß marathon ist ziemlich großartig. Aber anemb tut er wirklich großartig auf dieublik. Mal verfügt das Loch gefühlt das Auto scope zu sein. 15 minuten der inventar ist auch voll kompetenz anlass da ist das da bitte was sind dass wir produktions also das sind kern bauen können probiere ich jetzt alles nicht auskommt da ist ein schiff das habe ich schon angegriffen das werden wir jetzt zu ende führen auch rein macht kaputt kleine kraft wir haben hier was zu zerstören hier passiert hallo klopf klopf nein hier ist das blöde Ding wieder zugegangen oh, endlich sein, die Zeit ist da, die Büsche wir haben, die Zeit ja komm oh, ich habe alle gerufen, die ich habe das haben ich habe einen fixen Ja! Wie komme ich denn da jetzt dran? Das ist doch so zu Mäuse melken. Mann. Geh weg, ich habe jetzt keine Zeit. Nein! Warum? Oh nein! Und das Spiel meint echt nicht gut mit mir heute. Das ist ja... Bleibt liegen. Statuspult. Brauche ich das jetzt hier alles? Moment. Und das ist Deko, das brauche ich jetzt nicht. Deko, weg. Mitnehmen. Ah, noch mehr Deko, weg. Das dafür mitnehmen. Ah, komm schon, wo ist jetzt kein Schiff mehr hier? Oh Leute, das war nicht mehr ernst. Wie ärgerlich ist das bitte? Okay, also müssen wir zurück zu Käpt'n. Und eben noch ein Invental voll. Und dann gleich versucht mitzunehmen. Super. So habe ich mir das ja hier nicht vorgestellt. Guck mal, schau 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 mal. Vier Minuten. Wie weit bist du? Ein Raffaalerie Schiff ist das. Auf Raffaalerie ausgelegt. Äh, noch eine Minie? Okay. Boah. Nee, komm, das wird mir zu riskant, das schaffen wir wieder nicht. Da warte ich lieber auf die nächste Erderuption hier, den Vulkanausbruch. Also dann sind wir gleich bei 10 Folgen und wir sind immer noch nicht weiter, das wäre ja fatal. Das geht ja gar nicht. So, dann wollen wir schnell zurück. Die Kohle sacken wir uns noch ein, wenn wir noch Platz haben. Kohle ist voll, ok, Kohle ist voll, ok. Da ist unser Captain, ich wollte gerade fragen, gibt es Fallschaden? Wenn du übernehme einfach das Boot, Molte Reil. Äh, womit. Besser, ich sag, dass wir hier noch gegrillt werden, weil der bewegt sich ja auch nicht von der Erdfläche weg, ne? Bissungsvolle Oberfläche, der bleibt ja hier mit seinem Boot. So, dann Produktionsdaten. Bauen wir die einmal. Ja, also nur die Produktionsdaten brauchen wir noch. Dann haben wir im Kern und mit dem Kern suchen wir uns das nächste Schiff aber erst in acht Minuten und das geht nicht, weil Inventar voll ist. Dann erstellen wir einmal Schwefel. Fünfmal. So, ok. So, dann haben wir die Sachen uns auch wieder erstellt. Immer noch kein Platz. So, dann schmeißen wir, was schmeißen wir denn jetzt hier raus? Das brauchen wir, die können wir nicht stacken. Ja, wir haben nur noch viel davon. Schmeißen wir hier raus. Zack. So, wir haben jetzt nen Kern. Ne, jetzt haben wir nen Kern. Da. Perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir den nächsten Vokanausbuch auf und ja. Gehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst nen Daumen hoch. Lasst nen Abo da. Das Abo ist kostenlos. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Josef. 富ornik Ouben enterいつendi. kamen, Berezen, rienar amour.